Jo Leute was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wir befinden uns immer noch im Public Test Server für Season 6 und für den DLC und heute, ihr habt den Titel schon gesehen, geht es ausschließlich um Grube und Glyphen, weil da hat sich alles geändert zu dem wie es vorher war. Zur Erinnerung vorher, Grube war dafür da, um psychische Steine zu bekommen und ich würde fast sagen, that's it. Die Grube wurde nicht mehr viel gespielt in Season 5, weil Höllenhorde so viel besser war für psychische Steine und Glyphen konnte man leveln, je nachdem was für ein Nightmare Dungeon man abschließt, gab es Erfahrung und mit diesen Erfahrungen konnte man Glyphen leveln. Das ist komplett, das könnt ihr komplett vergessen. Heute müsst ihr euer Glas leer machen und ich fülle das mit neuen, wichtigen Informationen. Natürlich, hier geht es um einen Public Test Server, alles was ich sage, könnte eventuell noch geändert werden, aber so ist es aktuell im Test Server. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Grube, weil das ist, sag ich mal so, das Herzstück oder die Grundidee dahinter. Wenn ihr das erste Mal euren Charakter auf Level 60 gemacht habt, 60 ist das neue Maximallevel, vorher war es der Level 100, heute oder in Season 6 wird so sein, dass 60 das maximale Level ist. Ich werde dazu nochmal ein besonderes Video machen, aber damit ihr Bescheid wisst. Wenn ihr Level 60 mit eurem Charakter erreicht habt, seid ihr Max Level mit eurem Charakter und sobald ihr Level 60 seid, könnt ihr Paragon Punkte sammeln, wie in Diablo 3 auch. Und sobald ihr Level 60 seid, kriegt ihr Zugriff auf die Grube und könnt ihr wie früher in den Stufen aufsteigen. Zu Beginn startet ihr natürlich auf Stufe 1 bzw. bis zu Stufe 20, meine ich, müssten die Stufen frei sein, weil wenn ihr Level 60 seid, werdet ihr Zugriff auf Normal, Schwer, Experte und dann auch Qual 1 haben. Deswegen werdet ihr die ersten 20 Stufen frei haben. Und hier in den Stufen könnt ihr dann ganz normal die Grube spielen, so wie früher auch. Da werde ich auch gleich einmal reingehen und euch das einmal zeigen, aber das ist zur Grube. Jetzt zu der wahrscheinlich größeren Änderung und zwar den Glyphen. Bei den Glyphen gibt es einige Änderungen. Erstens, es gibt jetzt ein neues Glyphen Max Level. Die Glyphen waren ja vorher auf Max Level 21, genau 21. Und das neue Max Level einer Glyphen ist Level 100. Und auf Level 45 gibt es nochmal eine neue Radiuserweiterung. Das heißt, ihr kriegt in dem Park an Bord eine Erweiterung wieder mehr und einen zusätzlichen Effekt. Das seht ihr hier unten. Der legendäre Bonus, der ist auch noch nicht final. Aktuell steht beim Druiden noch für jede 5 Stärke, die ihr innerhalb dieses Felds holt, bekommt ihr mehr Stärke, wenn ihr Dual-Wielding-Weapons habt. Ja, das könnte sich am Ende noch ändern. Aktuell steht das bei jeder Glyphen mit dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Final dann nochmal geändert wird und dass das aktuell nur Platzhalter sind. Level 100, das neue Maximal-Level. Level 45, neue Radiuserweiterung und legendärer Effekt. Jetzt natürlich die Frage, ey, wie kriegt man so eine Glyphen auf Level 100? Und dafür muss man jetzt nicht mehr in Nightmare Dungeons laufen, sondern die Grube. Und da ist es so, dass ihr am Ende einer Grube wie in Diablo 3, ich werde euch das gleich einmal zeigen, eure Glyphe bis zu 4 mal leveln könnt. Hierfür werde ich mal eben eine Stufe 50 Grube abschließen und dann sehen wir uns am Ende bei dem Glyphenstein. So sieht das Ganze aus. Am Ende der Grube gibt es natürlich noch ein paar Items. Und zu den Items, ich sage es euch, da wird auch nochmal ein gesondertes Video kommen. Überhaupt wird es über die nächsten Tage und Wochen sehr, sehr viele einzelne Videos geben zu den einzelnen Bereichen, was sich wirklich so viel geändert hat. Aber kommen wir zurück zu dem Glyphenstein. Jetzt sieht das so aus, ihr kriegt keine Erfahrung mehr, sondern wir müssen ein bisschen systematisch oben durchgehen, was wir hier sehen. Wir sehen hier einmal natürlich die Glyphe, die wir angewählt haben. Dann die Stufe, die es schon hat und die Maximalstufe. Wir sehen die aktuelle Größe des Radius. Zum Vergleich hier Radius 4, Radius 5. Wie gesagt, auf Level 45 gibt es nochmal eine Radiusverweiterung. Und darunter steht eine Aufwertungschance. Die erste Zahl könnt ihr vergessen. Und danach 40%. Das wird daran bemessen, wie der Unterschied ist zwischen der Grubenstufe, die ihr gerade abgeschlossen habt und der Stufe der Glyphe. Jetzt seht ihr hier gerade eine Glyphe Level 52 und ich bin eine Grube Level 50 gelaufen. Das habe ich auch extra gemacht, um euch das perfekt zu demonstrieren. Weil wenn ihr eure Grubenstufe 10 Level über der Glyphe habt, dann habt ihr immer zu 100% ein Level. Als Vergleich hier 39 ist 11 Level tiefer als die Grube und hier habe ich 100%. Zusätzlich bekommt ihr alle 10 Grubenstufen höher als Glyphe ein Level. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier auf einen 21er Glyphe gehe, bekomme ich direkt 2 Level obendrauf. Das seht ihr oben. 21 und ein Klammern plus 2. Und wenn ich auf 4 gehe, kriege ich sogar 3 Level. Alle 10 Grubenlevel höher als die Glyphenlevel kriegt ihr 1 Level zur Glyphe hinzu. Ich meine sogar, das Maximum ist 3, weil sonst müsste ich hier eigentlich 4 bekommen. Schreibt es gerne in die Kommentare, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Und so könnt ihr dann eure Glyphen hier leveln. Ich weiß, dass einige da schon ein bisschen sauer waren, von wegen, oh ich habe jetzt hier einen random Chance mäßig, um Glyphen aufzulevelen. Nein, wenn ihr später 100er Gruben lauft, habt ihr eigentlich bis Level 90er Glyphe immer 100% Upgrade Chance. oder sogar teilweise 2 Level auf einmal. Wenn ich das jetzt hier mache, Aufwertung erfolgreich, habe ich direkt 2 Level dazu bekommen. Das kann ich nochmal machen, nochmal machen und nochmal machen. Und ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier die Grube gebraucht habe. Level 50 ist relativ easy. Aktuell bin ich so bei 70. Ich glaube so 75 würde ich mit dem Bild aktuell schaffen. Übrigens ein Bild, dazu wird es in den nächsten Tagen auch noch ein Video geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann auch ein Follow da lassen. Und so könnt ihr die Glyphen leveln. So, wenn wir jetzt schon bei den Glyphen sind, müssen wir natürlich auch über das Paragon Board sprechen. Das hat sich nämlich auch extrem geändert zu dem, wie wir es kennen. Erstens, ihr habt nur noch im PTR zumindest die Möglichkeit, 4 Paragon Tafeln hinzuzufügen. 4 Stück, wie ihr hier seht, mehr nicht. Zusätzlich, zusätzlich gibt es 100 Paragon Punkte mehr. Das heißt, vorher gab es 200 Punkte. Nach dem Patch wird es 300 geben, also in Season 6. Bedeutet, ihr könnt hier auch viel, viel mehr Punkte später noch vergeben. Das mit den 4 Tafeln zusätzlich ist aktuell nur im PTR so. Das ist noch nicht das Final, ob das wirklich so später sein wird. Das wird hier nur getestet und könnte sein, dass sich das noch ändert. Ich muss sagen, ich finde es richtig cool, dass sie aus Season 2, das Schlachthaus von Zier und jetzt über die letzten 3 Seasons anscheinend im Hintergrund sich wirklich Gedanken gemacht haben. Wie schaffen wir es, einen ähnlichen Vibe wie damals zu bekommen? Natürlich kriegt man jetzt keine tausenden Erfahrungen mehr durch ein Schlachthaus. Aber erinnert euch zurück an diese Blut-Glyphe, die so OP war, größeren Radius hatte und man ganz viele Paragon-Knoten reinpacken konnte. So ähnlich ist das jetzt hier auch. Jede Glyphe wird nochmal eine Radius-Erweiterung bekommen, nochmal einen legendären Effekt, wo es Sinn macht, nochmal andere Pfade im Paragon-Board zu gehen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich hoffe, das wird genauso beibehalten. Wie gesagt, das Einzige, was sehr wahrscheinlich sich noch ändern könnte, ist die Menge an Tafeln, falls das im PTR nicht so gut ankommt. Gerade im Hinblick auf, ey, ihr habt nochmal 100 Paragon-Knoten mehr. Ich habe mein Bild hier gerade schon gebaut, D4-Bild. Und muss sagen, die Tafeln sind schon extrem voll. Man nimmt eigentlich jeden Knoten mit, ist schon ein bisschen extrem. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir am Ende mehr als 4 Tafeln nutzen können. Aber ja, das war alles zur Grube und zu den Glyphen. Eine wichtige Sache fehlt noch und zwar, das nehme ich direkt mit rein, die Schwierigkeitsstufen, die ihr hier seht, werden auch mit den Grubenstufen freigeschaltet. Das heißt, wenn ihr Grubenstufe 20 zum Beispiel schafft, dann wird hier Qual 1 freigeschaltet. Wenn ihr 35 schafft, wird Qual 2 freigeschaltet, 50 Qual 3 und 65 Qual 4. Und dementsprechend könnt ihr diese Qualstufen freischalten. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, in Zukunft wieder schön die Grube zu laufen. Freue ich mich wirklich extrem drüber, über diese Änderung. Finde ich echt ganz cool. Bringt neuen, frischen Wind mit rein. Und die Grube, das habe ich schon vorher gesagt, war eigentlich immer präsentiert dafür, um Glyphen darin zu leveln. Ich finde, das ganze Nightbad Dungeon System hat ausgedient und hat mir auch in den letzten Seasons nicht mehr so viel Spaß gemacht. Der eine oder andere unter euch wird das bestimmt nachvollziehen. Man hat die Nightbad Dungeons eigentlich nur noch zum Mittel, zum Zweck gemacht, um schnell die Glyphen auf 21 oder 15 zu bringen für die Radioserweiterung. Und dann hat mein Nightbad Dungeons eigentlich nie wieder gemacht. Deswegen auf jeden Fall gut, dass diese Änderung reingekommen ist. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Und in den Kommentaren bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr nichts zu Diablo 4 verpassen wollt, und Leute, da kommt noch einiges auf euch zu, dann auf jeden Fall ein Follow da lassen, würde mich sehr freuen. Ein Like auf dem Video. Und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!